Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Ja Freunde, lange ist es her, dass ich auf diesem Kanal ein neues Video veröffentlicht habe. Und das hat auch einen sehr guten Grund gehabt, weil, wie jeder Online-Händler weiß, war das Weihnachtsgeschäft hier gerade sehr, sehr aktiv. Und dementsprechend habe ich meine volle Energie in das Weihnachtsgeschäft gesetzt und da kam der YouTube-Kanal natürlich etwas zu kurz. Und ich musste tatsächlich ganz stark über meine Grenzen hinaus wachsen. Ich habe ungefähr wie hier der Elche auf meiner Brust geknechtet, jeden Tag und zwar immer über meine Kräfte hinaus. Und das spiegelt sich natürlich auch am Umsatz wieder. Ihr habt es gesehen im Titel oder auch am Titelbild. Wir haben die magische Zahl von über einer Million Euro Umsatz geknackt. Ja, es war nicht einfach und es war vor allem nicht erwartet. Also ich habe niemals gedacht, dass ich diese magische Zahl bzw. so viel Umsatz erwirtschaften kann in diesem Jahr. Und dennoch ist es mir gelungen, diese Zahl zu erreichen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich würde gerne auch erfahren, wie dein Weihnachtsgeschäft verlaufen ist. Dazu kannst du mir gerne unten einen Kommentar schreiben, welche Umsätze du erzielen konntest und wie sich diese zu den vorherigen Jahren, wenn du schon länger Online-Händler bist, unterscheiden. Und welche positiven als auch negativen Erfahrungen du gemacht hast. So, damit wir das Ganze hier uns einfach mal auch bildlich veranschaulichen können, möchte ich hier das in meinem Shop-System zeigen, welche Umsätze tatsächlich entstanden sind. Und dazu werde ich an meinem Notebook das Ganze jetzt einmal zeigen. Ich befinde mich hier in meinem Shop-System. Und zwar seht ihr hier die Skala von über einem Jahr. Das Ganze wird hier vom 20.01. bis zum 20.12., wo ich das Video jetzt aufnehme, einmal eingegrenzt. Und wir sehen hier, es ist über eine Million Euro Umsatz erwirtschaftet worden in diesem Jahr. Und das ist echt eine unglaubliche Zahl für mich selbst natürlich. Wir sehen hier an der Skala, dass es tatsächlich hier langsam losging. Wir sehen hier ein Auf und Ab teilweise. Aber dann ab November hat das Ganze wirklich eine sehr, sehr große Welle geschlagen. Und ganz klar, jetzt bis Dezember rein hat es nur im Dezember 255.000 Euro Umsatz gemacht. Und das ist echt unglaublich viel, auch für meine Verhältnisse, ganz klar. Also mit diesem Umsatz haben wir einen neuen Meilenstein setzen können mit meinem Team. Ja, ich sage immer, wenn ich das kann, dann kannst auch du das. Und genau darum geht es auf diesem YouTube-Kanal, wo ich dir einfach nur nahe bringen möchte, wie ich meinen Weg gegangen bin, um solche Umsätze zu erzielen. Und das möchte ich einfach eins zu eins auch dir zeigen. Diese Umsätze, die ich hier wirtschafte, sind natürlich auf Marktplätzen entstanden, wie Amazon und Ebay, aber auch über mein Shop-System, so dass auch du dir diese ganzen Dinge aneignen kannst. Dazu veröffentliche ich ganz viele Videos, wo ich Schritt für Schritt zeige, wie auch du mit diesen Dingen dir ein eigenes Online-Geschäft aufbauen kannst und online verkaufst. Und wie wir sehen, hat das Ganze hier durch die Corona-Krise das Online-Geschäft noch weiter beflügelt und was es in der Zukunft auch noch sein wird. Deshalb lohnt es sich definitiv, jederzeit jetzt anzufangen mit dem Online-Geschäft, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Und das möchte ich hier mit dir und mit euch gemeinsam hier auf die Beine stellen, indem ich euch eine Hilfe bin. Aber auch wir als Community sind hier auf diesem YouTube-Kanal sehr stark gewachsen und dementsprechend können wir uns gegenseitig auch unterstützen. Deshalb wird im nächsten Jahr eine Facebook-Gruppe entstehen, ein Instagram-Account und natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns direkt helfen können. Und sei du als Erster dabei, direkt vom Anfang des Jahres. Im nächsten Jahr werde ich, wie gesagt, diese Kontakte veröffentlichen und uns so gegenseitig unterstützen im Online-Geschäft. Des Weiteren biete ich auch ein persönliches Coaching an. Dazu findest du einmal auch unten in der Beschreibung die Kontaktinformationen, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst, um ein persönliches Coaching zu buchen. Und wir können hier wirklich miteinander sprechen, wie wir dein Geschäft voranbringen können. Beziehungsweise, wenn du gerade am Anfang bist, werde ich dich unterstützen, wie genau Schritt für Schritt du da rangehen kannst, um auch eventuell irgendwann diese Umsätze oder noch mehr erzielen zu können. Des Weiteren freue ich mich im nächsten Jahr, Gewinnspiele zu veröffentlichen. Das heißt, wir werden eins bis zwei Videos in der Woche veröffentlichen auf diesem YouTube-Kanal und es würden ab und zu auch Gewinnspiele stattfinden, wo man eventuell Produkte gewinnen kann oder auch natürlich Gelder, die dir vielleicht bei dem Anfang und beim Start deiner Selbstständigkeit beziehungsweise deiner Nebentätigkeit helfen können. Alle Bedingungen findest du natürlich in den Videos. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Gib dem Video einen Daumen hoch und alles, was ich hier auf diesem Kanal mache, freue ich mich, wenn du das mit anderen teilst und dafür einen Daumen hoch gibst. Denn das zeigt mir, dass es dich interessiert, was ich mache und so motiviert es mich noch mehr, auf diesem Kanal zu veröffentlichen und mit dir zu teilen. Somit kommen wir zum Schluss dieses Videos. Ich möchte schon mal vorab dir und deiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Wenn wir uns vor Neujahr nicht mehr sehen und hören, dann wünsche ich auch einen guten Rutsch und das Allerwichtigste ist natürlich, gesund zu bleiben in diesem Jahr. Jedoch wünsche ich dir auch viel, viel Erfolg bei deiner Tätigkeit, wenn du dir hier, wie gesagt, ein eigenes Online-Geschäft aufbauen willst. Viel Erfolg dabei und ich werde dich dabei unterstützen, wenn du möchtest. Deshalb abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.